Es ist wieder soweit. Das Coachella-Festival steht an. Dafür schmeißen sich die Promis mal wieder in Schale. Influencerin Leonie Hanne setzt auf viel Haut. Schwarzgemusterte Unterwäsche kombiniert sie zu einem Hemd aus Strasssteinchen und hohen Overnie-Boots. Auch Nele Wüstenberg lässt sich das Festival nicht entgehen. Die Influencerin entscheidet sich unter anderem für einen pelmutfarbenen Mini-Rock und ein pinkfarbenes Crop-Top aus Pailletten, das am Rücken nur aus einer Glitzerkette besteht. Lola Weipert zeigt ihren durchtrainierten Körper. In einem mitternachtsblauen Lingerie-Outfit mit extravagantem Cape, aufwendigem Kopfschmuck und glitzernden Boots genießt sie den ersten Tag des Festivals. Zum Abschluss steigert die Moderatorin sich sogar nochmal. In einem hautengen Bodysuit mit sexy Schnürdetails setzt sie ihre Figur gekonnt in Szene. Und das waren nur einige der ausgefallenen Looks.